Hallo, Shalina. Na? Ich hab dich vermisst. Wie viele Tage haben wir uns jetzt nicht gesehen? Viel. Es kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Heute wieder Pipi Langstrumpf? Ja. Geisteskrank. Ich dachte, du schlägst dich wirklich zu. Was ist denn los mit dir? Aua, das hat ein bisschen wehgetan. Kannst du mal bitte pusten?